Der Krieg wird durch Wille und durch Logistik entschieden. Und da kann Deutschland mehr tun, als es jetzt tut. Und das relative Desinteresse der Bundesregierung wird auch schon dadurch deutlich, dass der einzige Minister, der die gesamte letzte und diese Debatte daran teilgenommen hat, Herr Bundesminister Pistorius ist. Ich würde von Bundeskanzler Scholz in dieser Situation einmal wissen, was denn das ganz große Problem mit der Lieferung der Taurus-Raketen nun ist. Niemand weiß es. Niemand weiß es. In dem Antrag findet sich die Formulierung Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munitionen. Umfasst das für Sie Taurus oder nicht? Ja oder nein? Das kann ich nicht beantworten. Ich will Ihnen mal eins sagen. Wenn Sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz unterwegs sind, auf den Verteidigungsministertreffen in Brüssel oder bei der NATO oder auf Shangri-La oder anderen internationalen Begegnungen, dann hören Sie eins immer wieder. Dass Deutschland Bewunderung erfährt für das, was es leistet im Kampf der Ukraine. Dass Deutschland bewundert wird für die Konsequenz, mit der sich nach anfänglicher Zögerlichkeit Fahrt aufgenommen haben. Und das ist so typisch für uns. In aller Welt werden wir bewundert für unsere Leistungsfähigkeit. Und hier redet uns die Opposition in Grund und Boden. Vielen Dank dafür, meine Damen und Herren. Wir brauchen uns im internationalen Vergleich nicht zu verstecken. Im Gegenteil. Und umso tragischer ist es, dass wir seit Monaten darüber streiten, ob wir der Bitte der Ukraine nachkommen, den Marschflugkörper Taurus in Ergänzung zu allen anderen gelieferten Waffensystemen zu liefern. Abgegebene Stimmkarten 668 mit Ja haben gestimmt 382 mit Nein haben gestimmt 284. Es gab zwei Enthaltungen. Der Antrag ist damit angenommen.